ich grüße euch freunde sein titus und willkommen zurück zu dead by daylight ich bin heute mit dem trickster unterwegs habe mori eingepackt und ja auch den neuen bild von der dredsche enthüllung der dunkelheit und einfach mal sehen was damit so geht die map hier wurde sich gewünscht von den surfs und ich lasse einfach mal krachen sehr schön schon mal ein hit drin so machen wir mal auf wollen wir denn die mikaela wo ist denn da ist die mikaela mikaela aber weit gekommen schätzchen palette dankeschön schnell nachladen da läuft sie der ersten gen wird fertig aber wusste ich auch dass der macht in der mache ist ich hab den trickster schon uhr lange nicht gespielt zwei gens schon durch sie drei gens ja jetzt kann ich mich in die ecke stellen das war es was war es jetzt eigentlich schade keine messer mails ist und sagt meint games ja schade dass sie jetzt mich jetzt quasi so weggerutscht haben eins zwei das ist wirklich richtig blöd gelaufen ja ja es ist einfach die runde ist einfach floss jetzt vorbei moin meister und dann die palette 1 das hat wirklich richtig dumm gelaufen dass da drei generatoren fertig geworden sind und dann die palette mit adrenalin um die ecke geknusperte und dann die palette mit adrenalin um die ecke geknusperte da ist halt wirklich richtig dumm gelaufen jetzt hier hat jetzt sogar hoffnung oder was nee die hätte noch von halloween so ein ding in 0 so ein halloween sunny kasten mit mit spritze zum selber heilen die Na? Ja, es ist halt eine wirklich schlechte Runde hier gewesen. Mitkommen, Mr. Dwight. Zum Glück habe ich Agitation dabei. Schade, ich habe gedacht, wir könnten ein schönes Trickster-Murie sehen. Wie denn? Aber war leider nicht so. Die haben mich halt eiskalt weggeballert, ne? Mit den Gens. Also ein Gen dauert 90 Sekunden. Und es sind fast zeitgleich drei Stück weg, also drei Stück angegangen. Hintereinander weg. Das war schon eklig. E-ke-lig. So, das kämpfen wir natürlich auch weg. Die meckert sich heilen lassen oder geheilt. Und da kommt die Kavallerie, ne? Könnt ihr vergessen, Leute. Äh, zieht er einfach durch. Nichts da. Nein! 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 Den weib kriegt ihr nicht, Leute. Nein! 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 die michaela gekriegt die haben mich richtig fertig gemacht die hunde was war das bitte also so schnell habe ich die gens schon lange nicht mehr angehen sehen das war wirklich das war schon heftig deftig es war eine sehr sehr schlechte runde von mir muss ich sagen also wirklich die gens ging ja wirklich bam 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 so wie war das ja gerne so beim in dein gesicht tricks da ja gg an der stelle man muss auch mal schlechte runden spielen aber auch aus schlechten runden kann man wieder was lernen was für sich rausziehen und das dann verbessern für die nächsten runden also liebe leute wenn es euch gefallen hat dann du mich nach oben da das neben däumchen ist träumchen abonniert meinen kanal aktiviert die glocke denn so verpasst ihr keine videos mehr von mir und ich würde sagen wir hören und sehen uns im nächsten video bis dann und ciao